Willkommen zum F&W Börsencocktail. Heute mit unserer Redakteurin Beatrice Bösiger, mit unserem Markttechniker Roland Vogt und mit mir Chefredakteur von Finanz und Wirtschaft Jan Schwalbe. Themen heute, wir haben sozusagen gefallene Aktien, Aktien die viel verloren haben und schauen ob die interessant sind. Wir schauen wie lange der Markt noch so schwach ist wie jetzt und am Schluss noch ein bisschen Tesla und Twitter. Jeder Anleger träumt wahrscheinlich davon, die Aktie genau dann zu kaufen, wenn sie richtig viel verloren hat und dann dreht in dem Moment, wo er gekauft hat. Nur das Problem an der Sache, das funktioniert nie. Das heißt aber nicht, dass man nicht doch Aktien definieren kann, die schlecht gelaufen sind. Am besten Aktien von Unternehmen, die sonst auch gut sind und die nicht viele Probleme haben. Deswegen habe ich mir mal den SMI angeschaut und herausgeschält, welche Aktien am meisten verloren haben. Von Anfang Jahr bis jetzt im SMI. Überlegen Sie sich vielleicht kurz, welche wären das wohl? Und ich bin jetzt gemein und sage es Ihnen noch nicht und frage Bea, was meinst du, welche zwei Aktien aus dem SMI, dem Schweizer Leitindex, haben seit Anfang Jahr am meisten verloren? Eine weiss ich, das ist die Partners Group. Bei der anderen, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen Credit Suisse. Die Grossbank hat eine ganze Reihe von Skandalen, die sie aufarbeiten muss und hat auch schon eine Gewinnwarnung für das zweite Quartal herausgegeben. Also 50 Prozent richtig, Partners Group tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, über 40 Prozent verloren. Credit Suisse wäre wahrscheinlich auch drauf gekommen, ist aber falsch. Und überraschenderweise vielleicht für einige, es ist Sika, also eines der besten Unternehmen der Schweiz, hat seit Anfang Jahr tatsächlich über 40 Prozent verloren. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber zuallererst vielleicht Partners Group. Beatrice, du bist Spezialistin, was Partners Group anbelangt. Meine erste Reaktion wäre, Partners Group ist ein Finanztitel. Die haben genau wie Credit Suisse, haben die das verdient, dass die 40 Prozent abgestraft worden sind. Was meinst du denn? Ich finde, sie sind zu Unrecht abgestraft worden. Und klar, sie sind im weitesten Sinne auch ein Finanztitel, aber im Gegensatz zur Credit Suisse haben sie ihr Business im Griff. Und ich investiere lieber in Unternehmen, die ihr Business im Griff haben. Erklär doch mal genau, was Partners Group denn überhaupt macht. Partners Group übernimmt vereinfacht ausgedrückt Gelder von Pensionskassen, Versicherungen und sehr vermögenden Privatpersonen. Diese werden dann während ein paar Jahren in Unternehmen, Infrastrukturprojekte oder Immobilien investiert. Während dieser Zeit werden diese Investitionsobjekte verbessert, ihr Wert wird gesteigert. Dann werden sie zu einem hoffentlich höheren Preis wieder verkauft und die erzielte Rendite fliesst an die ursprünglichen Investoren zurück. Und ich nehme an, die Rendite, die ist ziemlich beeindruckend, weil sonst würden die Unternehmen, Partners Group, das Geld ja nicht zur Verfügung stellen. Haben die da wirklich so ein richtig gutes Händchen? In den vergangenen Jahren haben sie es tatsächlich geschafft, eine Überrendite zu den Aktienmärkten zu erwirtschaften. Und sie haben sich darauf spezialisiert, mittelgrosse Unternehmen zu kaufen, weil dort können sie wirklich wertsteigend arbeiten. Das ist bei den ganz grossen Mega-Deals, wie sie vielleicht die US-Häuser machen, schwieriger. Und jetzt noch die Gretchenfrage, kaufen oder nicht kaufen? Ich würde sagen, ja, es muss aber nicht heute oder morgen sein. Aber Jan, sprechen wir doch ein bisschen über Sika. Da kennst du dich besser aus. Ich bin nicht unbedingt ein Spezialist, was Sika anbelangt, aber ja, ich mag den Titel. Ich mag Sika. Sika ist eines der besten Unternehmen der Schweiz. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Unternehmen ist in Top-Form, holt immer wieder neue Marktanteile raus. Sie sind ohnehin der Market Leader im Moment. Und die Akquisitionsstrategie von Sika ist auch absolut top. Sika ist übrigens ein Hersteller von Bauchemikalien und Klebstoffen und da eigentlich unschlagbar. Also ich bin von Sika absolut überzeugt. Aber jetzt muss ich schon noch mal nachhaken. Sie haben 40 Prozent verloren in diesem Jahr. Und du bist so begeistert. Was sind die Gründe dafür? Das ist natürlich so. Also entweder habe ich recht oder der Markt hat recht. Und das ist immer so im Aktienmarkt. Und die Probleme von Sika, beziehungsweise die Probleme, die die Anleger im Moment mit Sika haben, sind einerseits die steigenden Zinsen, das ist die Inflation und das sind die Rohstoffpreise. Und da hat Sika, die sind nicht ganz unverwundbar. Also nicht ganz unverwundbar heißt, sie haben 40 Prozent verloren, muss man schon sehen. Zudem sind sie recht eng mit der Automobilbranche verbunden. Die hat im Moment auch ihre Probleme. Und das ist der Grund, warum Sika im Moment, ich sage jetzt das einfach mal so, zum Schnäppchenpreis gibt. Und dieser Schnäppchenpreis, das ist wirklich ein Schnäppchenpreis und einer mit Qualität. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Aktien, die gefallen sind, die man nicht kaufen sollte. Bei Sika würde ich jetzt fast sagen, ich lege hier meine Hand ins Feuer, die kommen. Sika ist ein Kauf. Das ist ja schön und gut. Aber Roland, was sagt die Markttechnik dazu? Partners Group oder Sika? Ich würde jetzt eher Partners Group favorisieren, weil die hat die klaren Strukturen. Und bezüglich der Kursverluste muss man natürlich auch sagen, Partners Group hat sich letztes Jahr verdoppelt, fast der Kurs. Und da hast du natürlich eine Menge Rückkopplungseffekte drin. Wenn es steigt, will jeder noch raufgehen. Jetzt geht es halt in die andere Richtung. Das zieht dann auch dort. Und Partners Group ist äusserst dynamisch. Und von mir her gesehen, eigentlich ist sie bereit, um einen Boden zu bilden. Aber das Problem ist halt der Gesamtmarkt im Augenblick. Der Gesamtmarkt, darauf kommt es natürlich an. Wann ist es endlich vorbei mit den fallenden Aktienkursen? Das wollen alle wissen. Oder anders gefragt, wie lange dauert der Bärenmarkt noch? Vieles hängt dabei davon ab, ob es ein Softlanding gibt. Die weiche Landung, also ob die Inflation gezähmt werden kann, ohne eine Rezession herbeizuführen. Und das ist die große Kunst. Denn wenn die Rezession ausbleibt, dann kann der Boden schon bald gefunden werden. Das Problem ist, dass auch wir das noch nicht wissen. Und dass es einige Zeit gehen kann, bis es soweit ist, dass es klar ist, ob es eine Rezession gibt oder nicht. Deswegen sind andere Faktoren wichtig. Eine weniger straffe Geldpolitik in den USA und Europa. Eine rasche, abschwellende Inflation. Ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Sich auflösende Lieferprobleme. Oder eine Abkehr der Zero-Covid-Policy in China. Das alles würde helfen. Jetzt gibt es aber noch einen Faktor, der ist, glaube ich, noch wichtiger. Zumindest, wenn wir ein bisschen kurzfristig schauen. Und Bea, ich glaube, du hast dir das angeschaut. Wir sprechen von Gewinnwarnung. Es gibt Leute, die erwarten, dass wir jetzt nach und nach und dass wir sicherlich schlecht für den Markt Gewinnwarnung sehen werden. Das kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Wochen noch mehr Gewinnwarnungen sehen werden von den Unternehmen, jetzt wo diese Schritt für Schritt ihre Zahlen fürs zweite Quartal vorlegen. Was aber sicher ist, dass Analystenschätzungen korrigiert werden könnten. Die waren in der Vergangenheit viel zu optimistisch. Da hat zum Beispiel beim letzten Börsencocktail auch die Expertin der ZKB, Anja Hochberg, darauf hingewiesen. Und wenn das der Fall ist, könnte das zu weiteren Kursverlusten führen. Weitere Kursverluste. Jetzt haben wir noch eine einzige Hoffnung, die uns vielleicht bestätigen oder sagen könnte, dass es keine Kursverluste mehr im Aktienmarkt gibt. Roland, die Markttechnik, was sagt die uns? Ja, wir haben da ja letzten November darüber gesprochen, am FUW-Forum. Und da habe ich ja gesagt, dass das eine längere Geschichte wird, die uns bevorsteht und dass es nach unten geht. Jetzt muss man natürlich sehen, dass das hat verschiedene Episoden. Und jetzt sind wir gerade in einer etwas günstigeren Phase, Erholungstendenzen. Aber es geht weiter nach unten, nachher. Der Markt wird also, so sehen wir das, weiter nach unten gehen. Ich hoffe nicht allzu viel, aber er wird tendenziell nach unten gehen. Und da gibt es im Prinzip dann nur eine Möglichkeit. Wenn man Rendite machen will, man muss ein bisschen mehr Risiko gehen. Und da gibt es im Moment zwei Aktien, die so richtig fest diskutiert werden. Und Sie wissen wahrscheinlich, welche ich meine. Und das ist Twitter und das sind Tesla. Und jetzt überlegen wir uns doch einfach mal, welche von den beiden Aktien ist die bessere und welche sollen sie kaufen? Wie entscheidest du da überhaupt? Ich habe da ein total ausgeklügeltes System. Das habe ich analysiert und getestet von vorne bis hinten. Und zwar werfe ich da die Münze. Aber das kann ja nicht sein. Also du kannst die Aktien nicht aufgrund von einem Münzwurf kaufen. Das mache ich bei den beiden. Ich weiß, ich habe es schon mal gemacht und damals habe ich es zurückgenommen. Aber bei Tesla und bei Twitter, da finde ich, da ist es das. Und ich sage jetzt mal, wenn Kopf drauf ist, und das habe ich jetzt, dann ist es Twitter. Also ich kaufe Twitter. Ich habe Twitter auch mal hier an dieser Stelle als Trading-Tipp empfohlen. Damals, als das Merger-Agreement zuerst bekannt wurde, habe ich gedacht, Recht und Ordnung zählt. Was unterschrieben ist, ist unter Dach und Fach. Heute würde ich eher wieder zu Tesla tendieren. Immerhin haben sich die in den letzten Jahren zum wichtigsten Hersteller von Elektrofahrzeugen entwickelt. Siehst du das auch so, Roland, oder was ist dein Fall? Ja, Tesla gefällt mir auch viel besser wie Twitter. Jetzt muss ich aber doch nochmal auf meinen Münzwurf zurückkommen. Es tut mir wirklich leid, aber das ausgeklügelte System ist natürlich nicht wirklich so ausgeklügelt. Und selbst bei Tesla und Twitter würde ich nie mit einem Münzwurf entscheiden, was ich investiere. Und da würde ich im Moment sagen, ich würde wahrscheinlich Tesla leicht bevorzugen, aber ich würde eigentlich in keine der beiden investieren. sind mir beide viel zu risikoreich. Und da bleibe ich doch viel, viel lieber bei Zika oder Partners Group. Die haben auch recht großes Potenzial und ein viel geringeres Risiko. Damit wären wir schon am Ende der Sendung des F&W Börsencocktail. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat Ihnen Spaß gemacht. Geben Sie uns Feedback, was Sie gerne anders haben, was Sie gut gefunden haben. Und lassen Sie es uns wissen, denn wir sind für Sie da beim nächsten Börsencocktail schon bald. Danke schön.